Also im nächsten Laufgang der Micking-Mekong-Kalter Timo Mehlet, was wir uns natürlich ganz besonders freuen, im A-Laufgang und jetzt im B-Lauf, die Jungs, die hier versuchen wollen, so um die 2, ich kann mal laufen, bei 25, bei 26 vielleicht, bisschen voll weg, ein großer Hase, ein Feldhase wahrscheinlich, auch im grünen, und wir sehen die ersten 2, dann an der 24, 28, also das sieht so sehr, sehr tiefig aus, und wir sehen das auch, das Feld ist auseinandergezogen, mit der 2,17, Adrian König-Rannenberg, LG Standwerke München, dahinter mit der 205, Dario Kippmann, Durchgang 56, das heißt also, da geht es, möglicherweise, wenn das so weitergeht, knapp über 22 sogar. 1.000 Meter bei den Männern, 19.000 nach 500 Meter, vielleicht wird der nochmal gebraucht, und die Jungs gehen jetzt auf die 600.000, Durchgang, 600, eine Minute, 6.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. 2.000, 10.000, 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 11.000, 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 11 Das ist ein Talent aus Leipzig, über 50 Meter unterwegs. Mal schauen, wie er sich in den nächsten Jahren entwickeln kann. Er ist im zweiten, im zweiten Jahr, der Felix. Und jetzt geht er da hin. Alle bereit, Platz über 228 Meter. Danke.